Hallo, schön dich zu sehen! Wo sind wir denn hier gelandet? Pia und Theo wurden von Willi Welle, einer riesigen Wasserschnecke, um Hilfe gebeten. Darum sind sie zur Unterwasserstadt Wellenhausen gereist. Willi Welle erklärt Theo und Pia, dass Wellenhausen von schrecklichen Wesen belagert wird. Diese haben die ganze Stadt mit dem Doppel-SSZ-Bann belegt. Bevor der Bann nicht gebrochen wird, kann niemand Wellenhausen verlassen. Doppel-SSZ-Bann? Die beiden wundern sich. Was kann es denn damit auf sich haben? Theo und Pia schauen sich um und sehen, dass um die Stadt herumgewickelt, lauter Wörter schweben, in denen das Doppel-S oder SZ fehlt. Die beiden müssen bestimmt die richtigen Buchstaben finden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com